Respekt an unseren österreichischen Freunden möchte ich jetzt durchsprechen. Die besten Reden sind kurz, natürlich. Deshalb versuche ich kurz zu sein. Vielen herzlichen Dank unseren österreichischen Freunden für die Möglichkeit, unsere Kulturen hier in Österreich, in gastfreundlichem Österreich, zu präsentieren. Wir, die Russen und die Serben, haben nicht nur gemeinsame Geschichte, gemeinsame Kulturen, zum Beispiel Gästen, Religion. Gästen haben wir einander, die Russen und die Serben, Christos, Vasgräse. Und wir haben auch ähnliche Gemeinschaften.